Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meiner Folge ARK. Das hier ist ja wieder so eine kleine Folge, wo ich ganz schön viel reden muss, glaube ich, weil ich habe ein bisschen was zu erzählen. Erstmal habe ich zu erzählen, ich habe hier ein bisschen ausgebaut und ich finde, es sieht einfach wundervoll aus. Weil mich hat das so aufgeregt, dass die einfach so an der Wand standen und so unorganisiert waren und alles. Und hier unten habe ich so die Tierchen, die ich öfter benutze und die Tappejara habe ich hier noch stehen, weil ich die Eier noch gerne einsammeln wollte. Weil von den Morellos habe ich, glaube ich, über 90 Eier und ja, das soll ich die hier oben stehen, weil ich die aber einen brauche ich eigentlich unten für Narkatics. Sieglinde, du kommst gleich mit nach unten, wenn ich durch die anderen durchkomme. Oh, 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 brächt dir keine Knochen. Warum kann ich die denn hinstellen? Du musst erst mal hier stehen. Ähm, was ich erst mal sagen wollte, ist erst mal ein dickes Dank an euch, Leute. Ein dickes Dank an euch, dass ihr in letzter Zeit so viele nette Kommentare schreibt und so viele Likes da lasst und so. Ihr macht damit riesen Freude. Ich muss jetzt einmal rumschleimen, also das ist echt heftig, ey. Richtig, richtig nett von euch. Ohne Spaß. Vor allem hier, Finn, der ist auch immer richtig aktiv und... Ach, so viele Leute, die da nette Sachen schreiben und so. Echt heftig. Dankeschön an euch. Und, äh, was wollte ich noch erzählen? Ah ja, hier, Stein-Goloms kann echt durch Sachen werfen. Guckt euch das an. Das fliegt einfach durchs Haus durch. Mein ganzer Plan mit dem Taming-Haus da hinten kann gar nicht aufgehen. Aber das letzte Mal hab ich's doch grad so überlebt, weil es so ein Level-8er war. Nämlich er hier. Aber wenn mir da so ein 112er, so ein Stein ins Gesicht wirft, ich glaub nicht, dass ich das will. Weil, ich hab ein 112er gesehen, aber den werden wir jetzt noch nicht tamen, weil ich noch nicht genug Eier habe. Weil ich hab erst 13 Mantis-Eier oder so. Ich guck mal kurz. Ich wollte nämlich sowieso her. So, Mantis-Eier. Hier, ich hab ein weiblichen Tapijara und hab 30 Eier. Und ich habe... 20 Mantis oder so. Und hab wie viel Mantis-Eier? Wo sind Mantis-Eier? 13. Ich hab 13 Mantis-Eier und 30 Tapijara-Eier, wo ich nur ein weiblichen Tapijara hab. Irgendwas stimmt da nicht mit den Eierlegen von denen. Aber was ich euch zeigen wollte, ist... Ich habe ein... 152er Feier-Eier gefunden. Und ich glaube, das müssen wir ausbrüten. Egal wie viele Feierdrachen wir schon haben. 152, das kann ich halt echt nicht auslassen. Das ist das höchste Eier, was ich jemals hatte. Auch... Wir waren schon auf dem PvP-Server und so. Und da hab ich auch noch nie ein Höheres gesehen. Und das 76er hier werde ich wohl auch ausbrüten. Und das liegt daran... Ich hab das geklaut, weil ich das einfach daraus... ein Nest draus haben wollte. Und da ist ein Drache hinter mir hergeflogen. Also da war nur ein Feierdrache hinter mir her. Das war ein 76er-Feierdrache. Also wahrscheinlich irgendwie die Eltern davon. Und der war komplett schwarz. Und ich hoffe, dass das Baby auch komplett schwarz wird. Weil dann mach ich das zu meinem Speed Drake. Ich fand nämlich einen Full-Move, wenn Speed Drake kam. Und wenn der komplett schwarz wird, wäre das mega geil. Und wenn der nicht komplett schwarz wird, ist das der scheißigste Drache, den ich je hatte. Und ich stelle hier einfach irgendwo die Ecke. So ist der Plan. Und was ich noch erzählen wollte. Jetzt kommt bald der große Halloween-Patch raus. Der kommt morgen raus, glaube ich. Und früher hab ich immer solche Videos zu den Patch-Notizen gemacht. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ich das interessieren würde, wenn ich das wieder machen würde. Weil früher hab ich halt immer, wenn ein neuer Patch rauskam, ein neuer großer Patch, dann hab ich da immer die ganzen Sachen erklärt. Und immer alles gezeigt, was neu ist und was man so machen muss und so. Und für den Halloween-Patch müsste ich halt wahrscheinlich der Island-Server haben. Oder müsste ich halt einen Solo-Player machen auf der Island. Und dann würde ich da so ein bisschen die Sachen erklären zum Halloween-Event und so. Wenn euch das interessiert. Aber früher hab ich das immer gemacht, kam eigentlich ganz gut an. Und dann hab ich das irgendwie, hab ich mal aufgehört. Und ich werde jetzt unbedingt diesen Bildershelm da aufsetzen. Ich will gucken, ob das geht. Helmut, du bist ja... Helmut, du heißt gar nicht Helmut. Wie heißt du, Heinrich? Du heißt Heinrich, ich wollte schon sagen. Heinrich, du siehst richtig süß heute aus. Das sieht halt echt richtig süß aus. Das geht nicht, was wir neun machen. Und ja, dann würde ich sagen, warte ich jetzt, bis die Eier schlüpfen. Ihr könnt mir sagen, ob ihr da Bock drauf habt, dass ich zu diesem Halloween-Patch und so ein bisschen Sachen sage. Und dann... Mach ich das wahrscheinlich morgen. Dann muss ich mir halt einen Single-Player machen und muss da mir ein bisschen was tamen und so. Dass ich dann auch alles zeigen kann. Weil ich glaube, im nächsten Patch kommen vier neue Dinos, wenn ich mich nicht irre. Und ein Dodo-Wai-Wan. Aber der müsste ja eigentlich hier kommen. Und ja. Ja, ich laber schon wieder viel zu viel. Ich weiß wohl. Ich komme wieder, wenn die Drache eier geschlüpft sind. Bis gleich. Es ist gleich soweit der Moment der Wahrheit. Kommt wirklich ein schwarzer Drache hier raus. Bitte, sonst ist es die Blommage. Es ist ein schwarzer Drache. Oh mein Gott. Alter, dann geht meine Theorie ja sogar echt auf, dass halt die Eltern in der Nähe von dem Nest sind. Ach, Quatsch, der ist auch schwarz. Ach, du Scheiße, das ist ja so geil. Oh Gott, Alter, ich kann gerade ausrasten. Ich kann gerade echt ausrasten. Oh Gott, weil bei dem habe ich gar nicht geguckt, was da so in der Nähe war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich wollte so gerne einen schwarzen Drache haben. Und ausgerechnet der High-Level ist ein schwarzer Drache. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist so gut. Ach. Ich halte mich hier schon im Mund. Ey, soweit ist schon. Oh nein, die sind noch beide voll weit. Man kann mit 0 die Follow-Distanz ändern. Und bei denen muss die immer auf niedrigste haben, sonst laufen die die einfach gar nicht hinterher. So, kommt ihr jetzt mit? Boodies. Oh Gott, ich freue mich gerade so übel. Das ist... Alter, das ist einfach so perfekt. Äh, aktiviere... Leute, war gar nicht mehr aufwandern. Habe ich den schon deaktiviert? Hey? Bin ich jetzt so betrunken, dass ich nicht mehr weiß... Was habe ich das denn gemacht? Gerade? Hm, okay. Anscheinend habe ich das gemacht. Äh. Ja, also ich musste auf jeden Fall komplett imprinten, würde ich sagen, ne? Und den... Also ich muss halt den hier komplett imprinten, weil... Ähm... Du mal ein ab und zu Speed dazu bekommt. Und ich will den halt so schnell wie möglich bekommen. Und den hier muss ich halt imprinten, weil der einfach so gut ist. Hier, kriegst du auch ein bisschen Salz. Lecker Salz für dich. Hier, du auch noch ein bisschen Salz. Du auch noch ein bisschen Milch. Gönnt euch mal was, meine Jungs, ja. Ich würde fast sagen, ich sitze das aus. Ah, das dauert halt so ein, zwei Stündchen wahrscheinlich. Aber ich bin halt heute eh mega früh aufgestanden. Ähm. Und dann würde ich sagen, komme ich wieder, wenn die ausgewachsen sind. Und wenn ich mein Imprint durch habe. Weil eigentlich wollte ich die wahrscheinlich so ein bisschen leveln. Mal gucken. Wie ich es mache. Dann würde ich sagen, dann komme ich wieder, wenn die beiden hier groß sind. Bis gleich. Ich habe ein bisschen Sorgen um meine Drachen, weil irgendwie... Die sind aufeinander. Die laufen sogar aufeinander. Hier sei nicht die Bremer Stadtmusikanten. Hört auf, aufeinander zu stehen. Das geht. Ich wusste nicht, dass es überhaupt geht. Ah, ihr nehmt den einfach Huckepack. Ah, jetzt sind die aufeinander. Aber soll ich euch einfach zeigen? Das sah irgendwie so dumm aus. So, dann bin ich wieder nach langem, langem Warten und Füttern und Imprinten. Sind beide fertig. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen kaputt, ey. Das war so, richtig so davor stehen bleiben und einfach nur warten. Also ich finde, das ist ja echt irgendwie was anstrengendes, aber... Weil lieber würde ich die ganze Zeit irgendwas machen. Aber ich habe es geschafft. Prägung 100%. Prägung 100%. Ich bin so gut in dem Spiel. Und ich habe Hucke gerade schon einen Squeacher von den Babys geschickt, dass ich zwei schwarze Drachenbabys bekommen habe. Ich freue mich da echt immer noch so drüber. Und jetzt würde ich fast sagen, müssen wir die wahrscheinlich ein bisschen leveln. Oh. Ich weiß noch nicht genau, wen ich zuerst leveln will. Ich glaube, ich mache den hier mal zuerst. Ach ja, was ich doch gar nicht gezeigt habe. Ich wollte eigentlich die Morellos tauschen, weil ich hatte den Low-Leveligeren rausgegriffen. Und ich wollte eigentlich den höheren Leveligen hier unten haben. Und das ist passiert. Dietrich glaubt nicht, dass er über den Zaun hinwegkommt. Also irgendwie ist er doch hinter dem Zaun gedanklich oder so. Auf jeden Fall kriege ich den dann nicht weiter runter. Ich weiß nicht, ob ich ihn wieder hochbekommen habe. Das habe ich gar nicht probiert. Seht ihr? Warum? Ja, ich kann auch nicht wegwerfen. Doch. Oh! Jetzt geht's! Okay. Das war... Einfach. Einfacher als erwartet. Äh, dann würde ich sagen, mache ich vielleicht so eine kleine Montage, so eine Level-Montage. So, dann seht ihr so ein paar Bilder, wie ich hier so Sachen töte und so. Und dann komme ich wieder. Klingt das gut? Ja. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüs. Ich bin gespannt. Untertitelung. BR 2018 Okay Leute, ich glaube ich habe ein Problem. Ich wollte eigentlich der Form killen für Erfahrung und ich habe hier was gefunden und ich habe das noch nie gesehen. Ich wollte nicht, dass die Folge so actionreich wird und jetzt wird die doch schlimmer. Das ist glaube ich hier Alpha, oder? Das ist Alpha. Alter, 500 Damage. Oh Gott, ich weiß nicht mal, ob ich das schaffe. Ich weiß halt echt, obwohl er wird schon heftig blutig. Zum Glück habe ich schon so viel Damage gelevelt. Zum Glück. Ah, der macht echt richtig Damage. Alter, Eifer, ich habe noch nie den Alpha mit der Form gesehen. Oh, ich gewinne aber, ich gewinne. Oh, wo der echt Schaden macht. Ich habe ein Alpha der Form gekillt. Was ist heute los, Alter? Alter. Zwei schwarze Feuerdrachen und ein Alpha der Form. Heute ist echt mein Tag, Alter. Heute ist echt mein Tag. Ich weiß nicht, wie viele Scheiß-Deffen, wo ich mich schon getötet habe, aber... Alter. Aber mehr Level kriege ich schon gar nicht mehr. 20 Todes-Wurm-Hörner und ein Skin. Ich habe sogar ein Skin bekommen. Ich musste eh immer wieder einen Helm aufsetzen. Ich habe die ganze Zeit keinen Helm auf. Oh, ist gerade ein bisschen dunkel für euch, oder? Oh, nee, das ist ja nur ein Skin. Ich weiß jetzt. Warte, ich mache mal Gamma 1.6. Ich weiß nicht, irgendwie ist das hell, aber... Wie cool ist das denn? Ich habe einfach... Oh Gott, diese Handschuh-Skin, diese Helm-Skin. Habe ich jetzt noch meine Pike dabei? Ja. Kommt mir das an. Ich bin einfach der Übelste. Oh, wie cool ist das denn? Oh Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gehofft habe, auf so ein Ding zu treffen. Aber das sieht man ja sogar an der Oberfläche. Das hätte ich gar nicht gedacht. Man sieht sogar an der Oberfläche... Oh, ich bin ziemlich voll beladen wegen den Hörnern. Die sind ziemlich schwer. Wie viel wiegen die? 160, Alter. Oh, die muss ich erstmal nach Hause bringen. 20 Todeswurmhörner. Da kann ich meine Mantis-Farm ja noch vergrößern. Können wir vielleicht nächste Folge mal den... Stein-Golem-Tame, den 112er, den ich gesehen habe. Das ist ja mal so krass. Oh Gott, ich freu mich gerade so. Das ist echt so heftig. So. Erbringe ich jetzt erst mal den ganzen Kran nach Hause und dann komme ich wieder, Leute. Da sind wir wieder daheim angekommen. Oh Gott, wie rede ich? Ich bin doch richtig gehypt von dem... Alpha. Das ist so heftig, Mann. Hoffenbar, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich ihn überhaupt hiermals einsehen werde. Weil ich habe halt richtig viele... Oh, von richtig vielen Leuten gehört, dass die halt noch nie selber einen gesehen haben. Und das ist halt echt schon krass. Schon echt richtig heftig, was heute so abgeht. Den würde ich sagen, level ich dann zur nächsten Folge. Und vielleicht gehe ich jetzt mit meinem neuen Drachen... Ah, der ist 206 und der Fire ist zwar 13, aber der hier hat auch fast 900.000 Erfahrungen. Das kommt, weil ich mit dem die ganze Zeit die Drachen in der Dings töte, in der Drachenschlucht. Und vielleicht wird das jetzt seine Härte-Probe. Was meinst du, packen wir das? Wir beide? Ich glaube schon. Dann nenne ich mir mal ein bisschen Küwesbrühe mit. Wenn ich irgendwo noch was habe. Küwes, warum soll ich immer Küwes? Kaktusbrühe heißt das. Äh... Ah, Küwesbrühe ist aber bestimmt auch lecker. Äh... Hier habe ich noch was. So, und dann fliege ich mal zur Drachenschlucht. Oh, ich kann nicht mehr reden, Leute. Äh, Drachenschlucht. Und dann treffen wir uns da wieder. Und dann... Vielleicht ist da ja sogar auch Alpha. Weil da sind eigentlich recht oft Alphas. Also es ist eigentlich schon fast selten, dass da kein Alpha ist. Und dann versuchen wir da mal ein Ei zu klauen mit unserem neuen Drachen. Ich bin da und los geht die Reise. Und wehe, ich finde jetzt noch ein höheres Ei, das ich nächste Folge wieder ausbrüten muss. Boah, hier ist sogar richtig was los. Ach, oh, hier sind so viele Giftdrachen, da traue ich mich. Oh, hier ist schon wieder ein Feier-Ei. Oh, das kann ich nicht tun, Leute. Wenn ich hier ein Ei klaue, dann bin ich tot. Wenigen Giftdrachen bin ich denn tot. Willst du Beef? Komm her! Okay. Du willst kein Beef. Du willst einfach nur, wo ein Gegenfliegen ist, okay? Oh, du willst doch Beef! Komm her! Hab ihn. Okay, einer ist schon mal weg. Das war ja einfach. Aber willst du auch zu deinem Gift-Buddy kommen, oder was? In den Himmel? Boah, ich traue mich gar nicht nachzugucken. Wenn ihr wieder so ein Giftdrache reinfliegt, dann bin ich halt haupts. Egal, ich Ullo. Level 16 kann hier liegen bleiben. Hast du noch mal Glück gehabt? Hab ich noch mal Glück gehabt, eher gesagt. So, fliegt wir mal die Richtung. Nee. So. Da ist ein Eifer. Leute, wir müssen es tun. Wiesler wisst ja. 116! Oh mein Gott. Ich hieb mich erst voll. Was ist denn hier los heute? Heute wollen die mich echt auf ne Probe stellen, glaub ich. Oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich den nur noch irgendwie auf Agro bekommen. Hab ihn. Alter, 116 Eifer. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich das packe. Wenn nicht, dann muss ich halt um mein Leben rennen. Also das macht mir mit dem Feuer keinen Schaden. Das ist immer das Beste. Doch, weil... Ah, ich mach mir halt viel mehr Schaden als er mir. Komm ran. Alter, der hat so viel Leben. Der blutet halt nicht mal. Ich hab mich schon so oft jetzt... Alter, was heute in der Folge abgeht, ist halt echt unerbar. Ich hab richtig... Ich hab richtig so... Zitteranfall, ey. Oh, ich hab mich gleich, ich hab mich gleich. Komm her. Komm her. Du hast keine Chance. Der macht halt echt gar nicht so viel Damage. Das geht... Ey, wo willst du ganz hin? Bleib hier. Ich will deine Milch. Geh mir deine Milch. Was? Und wieder ein Level-Up für meinen Drachen. Äh... Damage. Ich glaub, mehr als Damage brauch ich jetzt echt nicht mehr. Alter Falter, ey. Was ist hier los? Ah, ich will mich doch eben ein Clown, aber... Ich weiß noch nicht genau, ob ich... Ah, hier ist grad so viel los. Ich seh schon, jetzt ist das gleich das beste Ei der Welt. Und dann muss ich das. 16. Okay, du bist nicht das beste Ei der Welt. Ah. Alter Schwede, ich bin grad richtig aufgeregt, ey. Oh Mann. Heute hab ich irgendwie Unglück, aber auch irgendwie Glück. Weil zum Leveln war das halt echt ideal. Das ging halt echt schnell. So, wir fliegen hier jetzt noch einmal fix durch, ob wir irgendwas finden. Was es sich lohnt zu klauen. Hatten wir das nachgeguckt? Das war das, was wir nachgeguckt hatten, glaub ich. Ja, das ist das. Das war das 16er Feuereie. So. Hier oben ist auch meistens eins. Ah, hier muss eins sein. Auch nicht! Was ist hier los, meine Drachen? Habt ihr heute keine Lust, Eier zu legen? Darf mal durch? Hallo, danke. Keine Eier? Was ist hier los? Irgendwo müssen wir ja auch mal Unglück haben. Man kann ja nicht nur Glück haben die ganze Zeit. So. Da ist ein Nest. Äh. Ein Gift Ei. Wenn ich die Kurve bekomme, dann kann ich da auch mal reinkommen. Und so wie ich das mir denke, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gift Ei, wenn ich das brüten würde, aussieht wie eins von diesen beiden Gift Drachen. Kannst du jetzt hier reinfliegen oder nicht? Anscheinend nicht. Das ist 64er. Irgendwie nicht so gut. Ich hab dich gebissen, warum wirst du nicht Akko? Jetzt hab ich dich gebissen. Ich bin Gift. Okay. Danke. Ist denn der andere Gift Drache? Level 64. Wo ist der? Da? Nö. Level 8. Okay. Da ist noch ein Alpha. Level 40. Zumindest kein 116er. Hier sind noch zwei Nester. Dann gucke ich die nach eben nach und dann knallen wir den Alpha nach. Da ist nix drin. Irgendwie ist da unten immer ein Nest und da ist nie was drin. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. 44. Okay, das kann auch liegen bleiben. Dann würde ich sagen... Alpha Battle Nummer 2. Ich hab dich doch getroffen. Warum kriegst du keinen Schaden? Flieg doch nicht so über der Lava. Ich kann nicht so gut fliegen. Warum wirst du nicht sauer auf mich? Oh, ich will... Er landet einfach in der Lava. Was ist falsch mit dir, Jung? Das sieht gar nicht mal so gemütlich aus. Und... Als ob der da einfach drin sitzt. Kann man in der Lava sitzen? Kann ich in der Lava sitzen? Will ich in der Lava sitzen? Nee, der kriegt Damage, oder? Ja, der kriegt Damage. Warum bleibst du da drin sitzen, wenn du Damage bekommst? Du auf den Kopf. Wuuuuh! Oh, den Giftdrachen hab ich auch getroffen, oder was? Äh... Das ist jetzt ekelig. Wo ist der Giftdrache? Welches Level ist der? Der fickt in die Wand. Der ist dumm. Juhu! Ein hoch auf tobe Giftdrachen. So. Rudi. Nur wir beide. Ah, der sieht jetzt schon blutig aus. Und der Giftdrache, der hab ich schon vergessen. Hä? Ich wurde grad angebissen? Von wem? Oh, egal. Komm ran. Du hast keine Chance. Ah, der hat echt ne coole Farbe auch, ne? Nicht so cool wie die von meinem. So, stirb. So. Das war mal ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. So, mich wieder einsacken. Ich nehm die mal mit. Vielleicht wird Hauke die haben. Ich bin ja ein Netty. So, Leute. Ich würde sagen, dann war's das für die heutige Folge. War ja doch ordentlich was am Start. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einmal positiv wertet. Oder wenn ihr irgendwie was schreibt, was ihr... Weiß ich nicht. Schreibt was schön in die Kommentare oder so. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Und vielleicht dann mit dem Halloween-Patch oder sowas. Kommt drauf an, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr sagt, ne, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann ist voll scheiße. Und du bist voll scheiße. Dann mach ich das nicht. Aber sonst könnte es sein, dass ich das mache. So, dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann sag ich. Tschüss. Tschüss.